Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online Challenge. Heute, mit allen aus, das ist Sebastian und heute machen wir Zweierteams. Wir haben eine halbe Stunde Zeit, um Ziele zu erledigen und Bram und ich sind jeweils nicht in einem Team, sondern Fahrer. Und wir wissen nichts. Auf unseren jeweiligen Beifahrersitzen sitzt bei mir, Jonathan, und bei Bram und Christian. Und die haben eine Liste von Aufgaben, die erledigt werden müssen. Die dürfen nichts tun, außer mit uns zu reden und uns Dinge zu sagen, wie wir sollen dahin fahren oder das dann da machen. Und was das ist, diese Aufgaben, die wir in einer halben Stunde machen müssen, die erklären die jetzt. Ja, ja, die erklären wir euch jetzt, genau. Also Jay und ich müssen Peter und Bram zu zehn Locations lotsen, dürfen aber nicht sagen, fahr mal zu Michaels Haus. Sondern müssen dann sagen, fahr mal so in die Richtung oder fahr zum Golfplatz. Also auf jeden Fall nicht direkt zum Ziel. Und wir haben zehn Aufgaben. Pass auf. Zerstöre einen Gastang im Bennys. Wir dürfen erst die Aufgabe, also wir dürfen sagen, ey, stopp, wenn er am Bennys angekommen ist. Und dann sagen wir, zerstöre jetzt da einen Gastang. Und den müssen die dann halt suchen. Ja. Dann haben wir 15 Kerzen im Haus von Franklins Tante kaputt schießen. Ich wusste gar nicht, dass die ein Haus hat, aber ja. Das ist Franklins Haus. Ähm. Glaube ich. Zerstöre einen Gymnastik. Ja, die lässt sich da ja nieder. Also das ist Franklins Haus. Ja. Gucken wir mal. Zerstöre einen Gymnastikball in Michaels Haus. Also ich glaube, da kommen wir schnell hin. Finde zwei Spielautomaten im Gebäude von Life Invader. Mhm. Finde zwei. Okay, also einfach mal angucken. Dann die fünf. In der Tequila Bar eine Gitarre umwerfen. Das finde ich ist schon eine Todsünde. Ich hoffe, da ist so ein... Ist wirklich auch dieser Blib dann... Äh, dieses Ding dann da. Fällt mir nur ein. In der Tequila Bar. Es gibt nur eine Tequila Bar scheinbar. Okay. Äh, dann müssen wir zu einem Ammunition die sechs und zwei Gasmasken finden. Also die dürfen... Sollen wir die denn kaufen oder liegen die da rum? Naja, ich glaube, die sollt ihr dann einfach finden, oder? Also sehen. So wie die Spielautomaten sehen, hätte ich jetzt gesagt. Dann haben wir die sieben. Den Arbeiterinnen in Lestas Fabrik Applaus geben. Also Cheering in den Player-Szenarios benutzen. Das heißt, es muss Bram machen, ne? Also... Ja. Der weiß, wie das geht. Was beim Finden. Die acht. Fahrer ein Auto von der Straße in Simeons Showroom. Ja. Wir werden erleben, was das ist. Die neun. Dann zählst ich seine Kamera in einem Juwelengeschäft. Da haben wir nur eins gefunden und haben uns darauf geeinigt, dass wir das nehmen, was es auch in den Blips gibt. Der Jewel Store. Also, ne? Der Bekannte, wo auch der... Ich glaube, was war da? Lamborghini vorsteht oder so. Ähm. Und die Zehen sprengen und betreten den Tresor der Pacific Standard Bank. Da ist die Frage, was passiert denn, wenn schon einer in die Luft gesprengt hat? Ja, dann musst du nicht mehr sprengen, ne? Dann sprengst du halt trotzdem. Vielleicht kommt es ja wieder. Das hatten wir doch mal bei diesem Tunnel, wo wir... Okay. ...dann den Eingang aufsprengen mussten oder so. Ja gut, okay. Dann sagen wir halt, dann sprengst du halt, dann legst du da jetzt dann halt nochmal eine Bombe in oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht haben die auch zwei. Müssen wir das eigentlich in der Reihenfolge machen? Ne, das ist beliebige Reihenfolge. Ach du Scheiße, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch. Ja. Okay. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? 30 Minuten. Ich sehe jetzt erst, dass die Reihenfolge egal ist. Ähm. Ja Mist. Da hätte ich mir ja schon eine Reihenfolge angucken können. Äh. Puh. Also ich werde sehr viel auf der Map sein. Okay. Ich bin ready, wenn ihr seid. Haben wir jeweils 30 Minuten Zeit oder haben wir insgesamt 30 Minuten Zeit? 30 Minuten. Was meinst du mit jeweils? Äh. Ja, machen wir das, wir machen das zusammen, ne? Okay. Okay. Unsere Zeit läuft, äh, 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 ich, doch jetzt, fahr mal nach Süden. Ach, Süden? Und du darfst mir nicht sagen, links oder rechts oder was? Ja, ja, okay, fahr mal, ja fahr mal, fahr mal, okay, fahr geradeaus, 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 fahr jetzt mal geradeaus. Also Süden ist ja, also das End sehe ich auf der Karte. Einfach jetzt, einfach geradeaus, so dann fährst du unter dieser Brücke da durch. Ähm, dann können wir auch wieder starten in 3, 2, 1, go links rum. Links rum, alles klar. Nächste wieder links. Alter, die Karte ist ja langsam, mein Vater. Ich seh das schon. Jetzt verlangsamste ein bisschen, aber noch nicht zu krass. und jetzt die nächste, äh, jetzt rechts. Ach, rechts, oh mein Gott. Ja, Entschuldigung. Boah, war das knapp, Alter. Okay, stopp. So, du siehst da so ein Haus, was dir bekannt vorkommen sollte. Ja. Und da zerstöre, nee, 15 Kerzen in Franklins Haus kaputt schießen, beziehungsweise in der Tante von Franklins Haus. 15 Kerzen? 15 Kerzen. So, jetzt mal langsam. Wir müssen jetzt hier gleich links rein. Einfach mal links. Ah, hier. Ja, jetzt rechts. Äh, ja, dann kannst du hier schon mal anhalten, anhalten, stopp, stopp, stopp. Du kannst schon mal aussteigen. Okay, ich bin draußen. Und dann kann ich dir sagen, zerstöre einen Gastank im Bennys. Einen Gastank? Der hier? Gastank im Bennys, das ist hinter uns. Ach so. Da ist der Tor aufgegangen, glaube ich. Was? Da steht Bennys an der Türe. Eins. Das ist ein Duet. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ist keine Kerze. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Okay. Geil. Ah, wer ist denn denn? Okay, okay. Machst das schon, ne? Oh Gott! Da müsste ein Gastank drin sein, oder? Da ist... Ich höre nur ein Baller von da drin. Wenn du hast, komm, schnell wieder raus. Ich renne, ich renne. Ja, das war so, okay, das ist Gastank. Ich habe es nur mit so einem großen Ding, da steht ganz rechts so in der Ecke. Okay. Schnell weg. Ja, ich... Leute, du sitzt auf dem Fahrersitz. Oh, ich sitze auf dem Fahrersitz. Stimmt, weil du ausgestiegen bist. Okay, wir fallen jetzt direkt einfach geradeaus. Ja. Geil. Oh, da ist mein Fahrer wieder. Sehr schön, so. Falsch! Du bist auf dem Fahrerplatz. Okay, was soll ich denn machen? Ich habe nichts gemacht. Ja, der wechselt automatisch. Ach so, das wusste ich nicht. Dann steige ich auch immer mit dir aus. Ja. Äh, okay. So, geradeaus. Und dann einfach die Straße folgen. Und dann... Jetzt rechts. Ich habe mir den Weg schon angeguckt. Hinten ist die Tür jetzt auf. Rechts. Ja, das macht nichts. Da kann vielleicht noch einer einsteigen. Rechts. Äh, geradeaus die kleine Straße rein. So, hier irgendwo. Äh, fahr mal links hier rum im Kreis. Okay, wo ist das? Fahr mal weiter. Fahr mal links. Wo ist das? Hä? Ja, du darfst mir ja nicht sagen, was wir suchen. Nee. Fahr einfach mal. Oh, Entschuldigung. Ist das eine Leiter? Ja. Ja. Weiter, weiter, weiter. Entschuldigung. Dann müssten wir hier irgendwo anhalten. Mh, hier glaube ich. Stopp. Okay. Und dann musst du da hinten in das... Äh, hinter rechts, wo das rote Auto vollsteht, in das Haus rein. Hinter uns. Hinter uns. Ja, ja, ja. Wo das rote Auto steht, da in das Haus rein. Das müsste nämlich... Äh, das Haus von Franklin sein und 15 Kerzen kaputt schießen. 15 Kerzen? Ja. What the fuck? Ich will mir das schon mal angucken. Ich mach das nicht, aber... 1... 2... 3... Oh mein Gott, lol. 3... Das ist ja geil. Komm, Arsch. Ja, du machst das. Ich guck mich schon mal den Weg an. Ich setz mich schnell wieder rein. 5, 10. Ja. Ich da rein? Das steht da so. Ich geh da auch noch rein. Wir haben übrigens... 4, 5, 6... Hallo. Äh... 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 Okay, ich glaub, das machen wir... 7, 8. Ja. Ist das auch so? Äh... 8. Da geht's weiter. 9, 10, 11. Alter, fick doch die Hände. What the fuck? Wo ist das denn? 11. 11. Äh... Oh mein Gott. 12, 13. 14... 15, alles klar. Alles klar, kommst du wieder rein. Was haben wir... Ähm... Wo fangen wir gerade aus? Fahrersitz. Ach, scheiße. Sie magst du dich hinten reinsetzen? Geht das? Ja, das geht, glaub ich nicht, oder? Ja, wenn du auf die andere Seite gehst. Wenn du auf meine Seite kommst... Ja, 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 fahren wir gerade aus. Ja, geil. Geradeaus und links. An der Straße. Okay. Nee, das ist... Muss da drin sein. Ah, da! Geil! Steig mal da aus. Du siehst da Bennys. Wo sehe ich das? Bennys an der roten Wand. Bennys Original Work. Da musst du irgendwie reingehen oder sowas. Zerstöre einen Gastank in Bennys. Ich wusste nicht, dass da... Ich dachte, das wäre dieser Schrottplatz. Gastank zerstören. Ja. So ein Fick ist hier ein Gastank. Ich bin fucking blind, Junge. Hm. Da schießt einfach alles. Ja, aber dann weiß ich nicht, ob ich einen Gastank getroffen habe. Also, wir sind uns schon einig. Gastank... Ich weiß schon... Da, 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 da! Da, 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 da! Ah, da töte sich nach Gastank an, Peter. Doch, der ist zerstört. Ja, der ist jetzt kaputt. Ja, Sicherheitshalber schießt noch einmal drauf. Aber ja. Die waren hinten in der Ecke versteckt, die Frechdechse. Aha. Ich komme wieder raus. Ja. Okay. Junge, du wolltest auch raussteigen. Ach, Mann! Ich habe... Ich vergesse das immer, wenn ich schon meinen nächsten Plan mache. Sorry. Wollen wir überlegen, wo wir denn hinfahren. Und dann rechts. Ah, nee, Entschuldigung. Doch, ist richtig, ist richtig, ist richtig, ist richtig. Und, äh, stopp! Da gehst du rein und suchst zwei Gasmasken. Im Ammonation. Die muss ich suchen. Muss ich die erwerben? Ja, wir haben gesagt, die musst du finden. Die musst du sehen. Look! Oh Gott! Wer da ist, mach sie fertig! Ey, darf ich doch... Da ist eine. Ich sehe eine. Komm einfach zurück. Weiter, weiter, weiter unter der Dings durch. Und dann vorne links. Gegen das Gebäude. Ammonation. Ja, anhalten. Und da gehst du rein und guckst mal nach zwei Gasmasken. Okay. Da ist noch keiner reingelaufen. Ja, das ist wahrscheinlich Peter. Okay, zwei Gasmasken. Und da saß. Und da saß. Wir laufen hier gerade gleichzeitig durch. Keiner findet eine zweite Gasmaske. Das gibt es doch nicht. Okay, scheiße. Ja, vielleicht hat der das auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay, wir sind beide laufen wir nebeneinander hier durch. Also es steht drin, finde zwei Gasmasken. Ja, ist ja okay. Vielleicht bin ich auch einfach nur wieder fucking blind. In einem Ammonation zwei Gasmasken finden. Ich weiß natürlich nicht. Doch, ich hab zwei gefunden. Geil. Die andere war hier. Jo, ich hab zwei gesehen. Zwei im Bildschirm gehabt. Perfekt. Da. Da ist eine. Ach, scheiße Peter, komm schon raus. Okay, heute hat die andere gesehen. Zwei. Geil, komm raus. Schnapp dir hier irgendwo ein Auto. Äh, irgendein anderes. Ja. Egal welches. Ja, weil wir sind ja da. Genau, irgendeins. Rechts hier auf den Parkplatz. Oder hier rechts, rechts, rechts. Stopp, hallo. Ja, die haben geschossen, sorry. Hier auf den Parkplatz. Ja. So. Aufgabe. Fahre ein Auto von der Straße in Simeons Showroom. Keine Ahnung, was das heißt. Viel Spaß damit. Okay. Direkt hier nebenan ist nämlich Simeons Showroom. Da musst du halt reinfahren. Ah, das ist hinterher. Die Aufgabe ist... Nee, hier, die Straße ein bisschen weiter hier. Die Richtung, wo das Auto hinzeigt. Ja, ja. Da auf der rechten Seite. Ah. Hinten rein? Dafür müssen wir jetzt nicht nochmal einsteigen und wieder aussteigen. Dann kommst du wieder zum Euligan zurück. Okay. Einfach nur hier reinfahren? Ja. Okay, ich hab doch jetzt ein Schaufenster gefahren. Fahr ein Auto von der Straße in Simeons Showroom. Das haben wir gemacht. Okay. In den Showroom. Das ist ja von der Singleplayer-Kampagne relativ am Anfang. Ja. So kenn ich das auch. Okay. Die Scheibe geht nicht kaputt. Kannst du kaputt schießen und dann reinfahren? Hä? Oder geht das nicht in den Modus? Vielleicht geht das nicht, weil du im Singleplayer geht? Vielleicht gibt's einen Eingang zu dem Showroom? Naja, also ich kenn das ja von der Straße. Von hinten gibt's einen Eingang. Oh mein Gott. Ja, du machst das schon. Ah, wir stehen im Weg. Ich muss nicht umfahren. Nein, ich komm da nicht durch. Das tut mir nicht. Ich muss von der anderen Seite kommen. Ich darf leider das Auto nicht wegfallen. Nein. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, Peter. Machst du sehr schön. Genau von der anderen Seite. Genau hier vor uns ist der Hureneingang, Alter. Hahaha. Okay. Ist drin, ich komm wieder. Geil. Und ich bin drin. Nochmal hart links. Hart links. Ja, Wendekreis. Okay, dann hier rechts runter. Ist das... Stopp. Ich glaub, das ist schon hier. Das müsste Lestas Fabrik sein. Da gehst du mal rein und... Wurde, was soll man denn da noch mal machen? Den Arbeiterinnen Applaus geben. Cheering in Player Szenarios. Den Näherinnen hier? Ja, ja. Den gibts mal Applaus. Okay. Cheering with a Player Options. Cheering. Alles klar, ich hab geklatscht. Ich klatsche immer noch. Achso, ich muss aufhören zu klatschen. Ja, du musst aufhören zu klatschen. Okay. Was ist denn da auf ein Näherren? Wenn du jetzt zurückkommst, einsteigst, dann fahren wir quasi hier vom Gelände runter, dann links rum hoch. Ja. Müssen die sich... Ja, machst du gut. Ja, danke. So, hier links. Links, links, links auf dem Parkplatz. Hier ganz links, scharf links, scharf links, hartnagelkurve. Boah, wer kommt denn da und sei gegen welcher Ficker? So, da musst du irgendwo einen Eingang finden. Wir müssen nämlich... Oder du musst nämlich den Arbeiterinnen in Lestas Fabrik Applaus geben. Also, du musst quasi ein Player-Szenario Sheering aussuchen. Ja. Ist das hier die Fabrik? Ja. Das ist die Fabrik. Und da musst du irgendwie den Arbeiterinnen ein bisschen mal klatschen. Ah, da sind die Arbeiter. Jawohl. Okay. Player-Related Options. Player Options. Weißt du, wie das Klatschen heißt? Cheering. Cheering. Jawohl, ich cheere sie an. Ihr macht das super. So, ich komme wieder zurück. Aha. What the fuck? Was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Boah, da kamst du oder so. Ja, komm. Okay, okay. Hoch, hoch, hoch. Ja. Bis zur nächsten Kreuzung noch. Okay, immer noch geradeaus. Immer noch geradeaus. Übersehen. Gesundheit. Immer noch. Okay. Jetzt. Rechts. Stopp das hier. Stopp. Das müsste die Pacific Standard Bank sein. Da gehst du mal rein. Ja. Und sprengst den Tresor. Ich weiß nicht, was ich überhaupt rein kann. Egal. Okay. Äh, Panzerfaust. Ja. Ich spreng in den Tresor. Krieg ich da auch noch rein? Jo. Ich muss in den Tresor. Krieg ich da rein? Jo. Komm nach unten. Ego, du machst das. Da ist ein Tresor. Ich guck mir schon die nächste Location an. Tresor ist gesprengt. Muss da rein? Und nur die Tür auf. Ne, ne, nur sprengen raus. Und die Zehen sprengen und betreten den Tresor der Pacific Standard Bank. Okay. Nur springen raus. Nur sprengen, wieder rauskommen. Ja, ich renne. Ah, geil. Der Weg ist super. Wir fahren jetzt einfach gerade aus dem Boulevard weiter erstmal. Pauli. Jawohl, die anderen sind hinter uns. Und hier rechts sollte langsam, langsam jetzt, rechts hier irgendwo, rechts, äh, drück. Achso, ich dachte, du meinst rechts an der Straßenseite. Nein, nein, Entschuldigung. Weiß ich nicht. Ja, ist doch egal. Die haben auf der Bank vorbeigefahren. What? Im Rückspiel. Ja, stimmt. Die drehen gerade. Fahren wir geradeaus da dran. Steht da? Pacific Standard Bank. Ja, da musst du rein. Wo steht denn das? Zurück. Da, da, auf diesem großen, äh, auf der großen Tür. Ich weiß nicht, ob da der Eingang ist. Hier, die? Nein, die rechts an der Wand. Und steig einfach raus und such hier. Das ist die Pacific Standard Bank. So, da musst du den Tresor betreten und sprengen. Also sprengen und den Tresor betreten. In der Pacific Standard Bank. Ach hier, ah ja. So, da kommt gleich eine kleine Straße rechts. Dahinter bleibst du stehen. Okay. Gehst du mal hier in den Tequila-Shop? Und was sollst du da machen? Da sollst du, glaube ich, die Gitarre umwerfen. Da muss irgendwo eine Gitarre drin sein. Einfach umwerfen. Oh, da. Ja, gemacht. Geil. Dann kommst du wieder rein. Die machen auch richtig geile Geräusche. Alter, der Weg ist mega nice. Wenn das schon aufgesprengt sein sollte durch die Jungs, irgendwo da was sprengen einfach. Also, ne, keine Ahnung. So einen Sprengstoff hinlegen, explodieren lassen und reingehen. Okay. Weiß nicht, ob... Hatten wir uns drauf geeinigt. Okay, das schwimmen wir noch nicht. Ja, dann. Okay, wie viele Explosionen hält dieser aus? Kann ich dir nicht sagen. Ah, drei. Vielleicht ein anderer, okay. Good to know. Ich bin drin. Einfach rein und wieder rausgehen? Ja. Okay. Sprenge und betrete den Tresor der Pacific Standard Bank. Erledigt. Geil. Ich hab die doch gesehen da gerade noch. Ah, ich bin wieder am Steuer. Schnell raus. Kleine hier. Ja, und bleibst dann hier an dem Haus direkt stehen. Links. Michael. Ja. Okay. Da gehst du mal rein und machst so einen Hüpf... Was? Doch, das geht auf. Geh mal rein, dann musst du so einen Gummi-Hüpfball kaputt machen. Scheiße, ich komm nicht auf... Ich komm nicht auf den Desktop. Ich muss einen Gummi-Hüpfball kaputt machen. Äh... Da, ja, so einen blauen. Ist scheißegal. Gymnastikball in Michaels Haus zerstören. Gemacht. So einen Sitzball ist das quasi, ja? Ja, ja, die, wo man so als Kind drauf umgehüpft ist. So. Einfach jetzt erstmal ein Stück geradeaus und dann befindet sich unser Ziel auf der rechten Seite. Okay, ich hab eine Ahnung, was es sein könnte. Echt, was denkst du? Golfplatz, denk ich. Falsch. Dammit! An der nächsten großen Kreuzung, da links ins Gebäude rein. In den Line Invader? Live Invader, yes! Sorry. Live Invader musst du, äh... Zwei Spielautomaten finden. Spielautomaten... Oh Gott. Okay. Da kann ich nicht rein. Yoga Zone. Tech Shop. Tech Shop. Das sieht doch gut aus, oder? Nee, kann ich nicht rein. Zwei Spielautomaten. Das nutzt Tränke. Die Tür geht nicht auf. Darunter. Ein Stückchen da. Vielleicht noch auf der... Hinter der Kreuzung. Hier an der Kreuzung rechts. Tequila Lala. Ja. Siehst du sie? Ja. Okay, da musst du eine Gitarre umwerfen gehen. In der Bar. In der Tequila Lala. Ja. Okay, Alter. Wie viele Innenbereiche wir hier haben, ey. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja? Wo ist hier eine scheiß Gitarre? Da. Umwerfen. Egal wie. Ja. Hallo. Einfach umwerfen. Aufgabe ist... Ja, umgeworfen. Eine Gitarre umwerfen. Geil. Ey, jetzt auch noch nach oben. Oh Gott. Da steht, finde zwei Spielautomaten im Gebäude von LiveWild. Hab ich. Zwei. Geil. Dann kommen wir raus. Tequila Bar haben wir. Emanation haben wir. Applaudieren haben wir. Showroom haben wir. Sprengen haben wir. Geil. Wait, ich hab eins vergessen. Sprengen haben wir? Ist egal. Setz dich rein. Einmal drehen. Mal drehen. Und da stoppen sie. Vor diesem schönen Zaun. Dann suchen sie. In Michaels Haus. Okay, wenn du reinkommst. What the fuck? Dann wirst du den Weg her. Du musst reinklettern. Keine Ahnung. Im Singel. Ah, guck mal. In Michaels Haus suchst du jetzt einen Gymnastik. Gymnastikball und zerstörst den. Yes. Oh, hier kann ich nicht aussteigen. Gymnastikball, Gymnastikball, Gymnastikball. Wir steigen mit stressig gleich. Im Haus. Ja, Gymnastikball. Ah, ja. Easy, hab ich gemacht. Kennst du ja wahrscheinlich mittlerweile, dank deiner, äh, ihr seid ja schwanger. Haha, wir haben keinen Gymnastikball zu Hause. Echt nicht? Ich dachte, brauchst du halt Schwangere. Ich komm hier nicht raus. Du musst ein Stück zurückfahren. Ja. Scheiße. Yes. Ja, ist okay. So. Und dann... Ich mach das einfacher jetzt. Du hast keine, du hast keine Tür mehr. Das ist wie beim UPS links. Stimmt, ja. Genau. Und an der Kreuzzone links quer rein. Ja. Sehr gut. Hier im Juwelengeschäft müsste wahrscheinlich eine Kamera sein. Die bitte mal kaputt machen. Da ist eine Kamera. Die ist runtergefallen und kaputt. Geil. 16 Minuten haben wir noch. Ich geh gerade mal kurz durch. Zerstören, Gast. 15 Kerzen haben wir den Gymnastikball haben wir. Wir haben die Spielautomaten. Tequila Bar. Amination. Applaudiert. Simians. Kamera. Wir sind fertig. 16 Minuten hatten wir noch. Eine Kamera nur? Oder ganz viele? Weil hier sind ganz viele drin. Okay. Wir sind mit 16 Minuten auf der Uhr fertig gewesen. Yes. Das war gut. Das war gut erklärt. Auf ihrer linken Seite sehen Sie das große Life Envader Gebäude. Yes. Da drinnen suchen Sie sich. Oh Gott, ich bin abgemeldet. Nice. Äh. Äh. Zwei Spielautomaten. Musst du finden. Spielautomaten. Spielautomaten. Okay. Einfach nur sehen. Ja. Steht finden. Ja. Komm schon. Spielautomaten. Das sind keine Spielautomaten. Das sind Essens- und Trinkenautomaten. Hier ist die Eingangslobby. Hier sind auch keine Spielautomaten. Damn it. Kann ich hier durch irgendeine Tür gehen? Nee, ich muss wahrscheinlich nach oben. Ich glaub, die sind oben. Ah, okay. Nein, ich mein, die sind oben. Ah, ja. Hab zwei gesehen. Tatsächlich. Alter, woher kennst du das? Ja, ich hab mal die Singleplayer-Kampagne ein bisschen gespielt vor einem Dreivierteljahr. Die müssen keine unterschiedlichen Spielautomaten sein, ne? Das waren nämlich exakt die gleichen, die einfach nebeneinander standen. Hier steht, finde zwei Spielautomaten im Game. Beide Live-Aid-Bader. Ja. Alter. So. Okay, rückwärts. Fahr mal einfach ein bisschen durch die Gegend. Die sollen wir noch nicht wissen, ob wir fertig sind. Ich sehe mich, wo die gerade sind. Da ist Peter. Da, in die Fußgängerzone. Und, ja, weiter, 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 stopp. Da reingehen. In den Juwelengeschäft. Evangeliko. In die Kamera zerschießen. Eine Kamera, eine Kamera, ja. Da steht drin, zerschieße eine Kamera in einem Juwelengeschäft. Hab ich gemacht. Geil. Wir sind durch. Los. Okay, Zeit stoppen. Ja, hab ich. Nice. Wir haben noch 12.56 übrig. Mega, Alter. Süß. Süß. Ja, Alter, das war, das war sehr koordiniert. Guck mal, wer fährt denn da noch rum? Guck mal, das sieht bei denen jetzt schon nicht so koordiniert aus, wie die da gegen fahren. Okay, da Peter hier stehen bleibt. Wo noch gehen? Wieso steckt keiner aus? Ich weiß es nicht. Vielleicht redet der das jetzt gerade noch. Wo wir exakt gleichzeitig hier raufgegangen sind. Wir sind davon aus, wenn wir da oben drauf sind, seid ihr fertig. Das ist korrekt. Ist gerade fertig geworden, ja. Ja, 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 ja. Dann seid ihr wahrscheinlich noch nicht fertig, nehme ich mal an. Doch, doch. Doch, wir sind auch gerade fertig. Ich bin hier hingefahren, weil Christian sagte mir, ihr seid hier hingefahren und dann können wir gucken, ob ihr fertig seid. Oh mein Gott. Dann wird es spannend. Dann wird es spannend, ey. Wie viel Zeit Rest man hat. Okay. Ähm, ja, wie wollen wir das machen? Jay, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch... Ich gehe mal mit 25 Minuten. Restzeit. Moment, das ist die falsche Richtung. 15 Minuten Restzeit wäre eine wilde Nummer, ey. 5 Minuten meine ich natürlich. 5 Minuten. Ja, wir haben noch mehr als 5 Minuten Restzeit. Okay, dann... 8. Mehr. 10. Mehr. 12. Mehr. 14. Nee. Okay. Wir hatten noch 16 Minuten. Boah, was? Wie schnell seid ihr denn, Alter? Wir sind mit 12.56 und voll zufrieden. Oh, shit. Okay, da war der ja richtig zackig. Alter, wie schnell. Ja, du konntest die... Äh, irgendwann habe ich gesehen, du kannst den Boulevard, kannst du langfahren und fast alles abarbeiten. Ja, das haben wir eigentlich auch genau gemacht. Wir sind ja auch nicht kreuz und quer durch die Stadt gegangen. Ich dachte, wir sind halt auch gut im Kreis gefahren. Einmal haben wir den Fehler gemacht, wir hätten Simeon vor Ammonation machen sollen, weil wir sind erst an Simeon vorbeigefahren, haben Ammonation gemacht, sind dann zu Simeon gefahren, haben Simeon gemacht, sind dann wieder am Ammonation zurückgefahren und an dem vorbei. Ja, aber das macht ja nicht 4 Minuten aus. Würde ich auch sagen. Einmal fand ich witzig, wie wir im Hintergrund im Rückspiegel gesehen haben, wie ich glaube an der Tequila-Bahn oder so vorbeigefahren, die an der Bank vorbeigefahren seien. Ja, das stimmt. Da haben wir den Eingang kurz gebraucht. Ich weiß ja nie, welches Gebäude das ist oder sowas. Ich habe auch immer nur gesagt, Bram, da vorne ist das Gebäude, geh mal da rein und mach mal Remi-Demmi. Ja, mach mal Remi-Demmi. Ey, ich musste dreimal auf diesen Tresor schießen, damit der aufgegangen ist, ey. Das hat ewig gedauert. Das weiß ich nicht. Ja, krass. Ich bin da rein und darf mir so, okay, wo konnte ich Tresor sein? Dann dachte ich mir, perfect heißt, im Keller. Ja, genau. Ja, genau. Runter, Raketenwerfer, auf, raus. Ach, krass, ey. Das war stark von euch, ey. Ja, wirklich, gehe gern euch, ey. Das habt ihr gut gemacht. Hat Christian gut gemacht. Ja, Bram war auch immer sehr schnell wieder da. So, geh mal in Bennys rein und zerstören Gas. Bram, Tür geht auf, Bram geht rein. Okay, ich habe erstmal keinen Gas-Tag gefunden. Ja, ich auch nicht. Ich habe auf alles Mögliche geschossen, weil ich nicht wüsste sicher, aber wann ist der Gas-Tag? Ich muss zugeben, bei Franklins Haus musste ich mir einmal die Kerzen angucken, weil das fand ich eine sehr bescheuerte Nummer. Ja, ich dachte auch, hä? 15 Kerzen sind doch da nicht drin, kommst du rein. Überall Kerzen. Okay. Ja, also das war eine neue, oder mal ein neuer Try in der GTA Online Challenge. Ich fand es sehr cool. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin, haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.